Große Sorge um Pia Tillmann. Die schwangere Sommerhaus-der-Staß-Kandidatin hatte einen Autounfall und musste ins Krankenhaus. Sommerhaus der Staß Pia Tillmann. Tränen im Netz. Sie hatte einen Autounfall. Aktuell sind Pia Tillmann, 37, und Ziko Banach, 32, noch im Sommerhaus der Staß zu sehen. In der Realität hat bei dem Paar gerade etwas anderes Priorität. Vor wenigen Wochen gaben die beiden bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Schon vor kurzem gab es allerdings Grund zur Sorge, nachdem die 37-Jährige ihren Followern von einigen Beschwerden berichtet hatte, und nun die Schocknachricht. Pia Tillmann wurde in einen Autounfall verwickelt. Hatte Angst, dass irgendwas mit dem Baby ist. Bei Instagram offenbarte die Sommerhaus-der-Staß-Kandidatin, wie es zu dem Autounfall kam. Ich hatte einen Auffahrunfall. Es war so, dass mir jemand die Vorfahrt genommen hat und trotz dass ich in die Eisen gegangen bin. Geschockt und unter Tränen habe Pia Tillmann dann die Polizei alarmiert, die ihr aufgrund der Schwangerschaft dazu geraten hätten, ins Krankenhaus zu fahren. Ich habe mir einfach total Sorgen gemacht, weil ich Angst hatte, dass irgendwas mit dem Baby ist, weil der Gurt so doll reingeschnitten hat. So die 37-Jährige weiter. In der Klinik sei sie untersucht worden. Gott sei Dank sei jedoch nichts Auffälliges festgestellt worden. Dennoch sei Pia nach eigenen Angaben weiterhin in Alarmbereitschaft. Ich muss jetzt halt warten, ob das so bleibt oder ob ich noch Blutungen kriege, berichtet sie sichtlich mitgenommen. Wir drücken die Daumen und wünschen eine gute Besserung. Doch. Boah. Ich habe mich bei der Leiterege. Untertitelung des ZDF, 2020